hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde war so wir spielen richtig war so und hier auf dem kanal ob wir können wenn es wenn wo springen wir raus ja werde sagen storage ich habe den anfang ein bisschen vermacht ich habe gerade erst angeguckt deswegen fangen wir jetzt hier mittendrin an mit der ansprache einfach hilf was für eine ansprache der anmord auf mein gott mit der anmord ich hoffe ich überlebe länger als gedacht der turm steht hier noch gar nicht ist das nicht hier ist das nicht hier wo der turm steht das steht ja noch gar nicht hier ist es eher so als wäre das ein bunker okay ich bin ein bisschen weit von der richtig landzone weg okay habe ich habe eine panzerplatte und ich stehe mitten auf der verdammten weiten freien map okay können wir noch irgendwas looten ja da komme ich hier raus ohne scheiße laufen außenrum moni 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 ja mal gucken ob hier noch ein bisschen was bluten können ja aber ein bisschen okay der papp ist nicht gut für die distanz müssen aber auch in die zone ich war überall schüsse sehr gut das ist noch besser glaube ich zumindest es ist wieder hallo okay ich würde sagen wir gucken können wir da noch mal rein das ist einfach nur unterhalb ist auf dem bunker ne aber gibt es den hier schon das kann ich mich gar nicht ändern egal ab in die zone oh das war dumm ah nee noch nicht hier gucken ob hier in der toilette jemand ist glaube ich nicht wir können kissbox hin ich bin kein sniper wir nehmen sie mal mit ja kommt das ist ein putzeimer okay ich gehe mal die richtung weiter habe ich die zeit ja die zeit läuft ist das ein drabi das ist ein drabi ja also das ist ein drabant ist ein ostdeutsches auto man musste damals zehn jahre drauf warten keine ahnung ist aus pappe sehr leicht eine art pappe was glaube ich denn hier ich habe keine ahnung oh mein gott war so immer wieder kein problem ist ja habe ich eine tür gehört und ein drabant eigentlich ne der ist nicht aber jetzt auch geil ich höre als was bin ich das und wir sind in der zone das ist sehr gut sehr stark sehr schön jetzt müssen wir nur noch gegner bekommen aber ohne zu sterben bitte ich glaube ich werde viele in der runde labern und es wird nichts aufregendes passieren nö das nehmen wir nicht mit moni natürlich hunter platten auch immer gut noch mehr drabant ich will den drabi fahren ich weiß nicht mache ja musik noch drunter ich weiß nicht ob ihr das gehört habt aber ich habe mich erschreckt es hat sich angehört dass irgendwas neben mir ist so so ruck oder so ich habe keine ahnung an der hospital wieso denn ich so habe ich höre noch jemanden oder kill nummer eins kill nummer eins ist der von jemandem weggelaufen oder sagen wir looten mal immer muni und so mitnehmen munition ist immer gut er hat auch so eine coole waffe voll ausgestattet sehr gut ein auto ja leben streff nicht hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn sehr schön er hat aber mit irgendjemandem gefeiftet ne ja ich höre schüsse scheiße ich sehe niemand aber ich höre schüsse mein gott wo ist jemand irgendwo auf dem dach oh mein gott sie werden gleich überrannt aber zwei kills ist stark äh ja ich habe schon einmal eine bessere runde aber das ist super ich habe schon mal eine sniper ne wo bist du komm raus ja toll jetzt nehme ich meine sniper dann geht er weg feindliche drohne über uns jetzt gibt es doch nicht ich meine sniper ziehe es dir nicht mehr da ist gut dass ich eine sniper mitgenommen habe ok da bin ich mal da auf dem dach wir können natürlich versuchen wir looten erstmal vielleicht schießt er auf mich pass auf er hat auch nämlich eine sniper erstmal schön alles mitnehmen was ich verbraucht habe sehr schön ah da ist jemand ah der hat ziemlich mit jemandem mit hier gespeitert ja sehr schön er hat sich hier mit jemandem gefeitert ne ja ja deutsch hat ihn aber nicht viel gebracht ne wer auch immer das war ok wir haben zwei kills sieht gut aus danke wir sind bei 5 minuten ah ich mit meiner zeit ich glaube das nervt euch oder so ein leichter kill wenn der einfach rumstehen würde ich kann mich nicht mitnehmen das stimmt nicht immer nicht ist wie ich höre ich weiß woher ich als E-Mail als Werbe E-Mails mein gott naja selbst wenn ich jetzt sterb ich hab zwei kill Es war jetzt nicht spitze, aber war auch nicht scheiße. Komm ich irgendwann außen hoch? Naja, ein bisschen hoch ist besser als gar nicht hoch. Drittes Stock ist auch ganz cool, sag ich mal. Oder irgendwas stand da. Oh nee, das ist nicht nur drittes Stock. Ey, ist das ganz oben? Nein, aber fast. Oh, geil. Komm ich hier rein? Yo. Oh, komm ich hier runter? Yo. Das war jetzt gar nicht ganz so gedacht. Okay, es kann sein, dass niemand ist. Ich höre halt immer was, aber... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ah, warum? Warum? Jetzt war ohne Scheiß. Warum kriegt er den Kill? Und runter zur Polizeistation. Runde Nummer zwei. Sehr schön. Äh, ich bin zu langsam. Ich will da rein, ich will da rein. Ja, hier liegt was. Mist. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Ich hoffe nicht, dass sehr viele hier runter gehen. Äh, ich hoffe es nicht. Gucken, können wir hier was looten? Ja, sehr schöne MP. Eine schöne McPen. Ich glaube, die war gar nicht mal so scheiße. Ich bin jetzt sehr weit vom Ziel abgesprungen, aber ich wollte erstmal in Ruhe looten. Weil natürlich ärgert es mich tierisch, dass der Typ mich bekommen hat. Weil ich behaupte, er hätte mich nicht bekommen, weil ich... Ja, ich brauchte acht Jahre zum Nachladen. Hallo. Hast du den Knall nicht gehört? Nee, hab ich nicht. Boah, nehmen wir den Sniper mit? Ich weiß. Es kann nicht sein, dass mein Herz schon wieder leer ist. Ich habe es erst vor drei Tagen geladen. Ich höre ab und zu so ein Piepsen. Es tut mir auch leid. Ey, nehme ich die Sniper mit? Ich will hier mit einer Sniper. Hier, ich meine. Das müsste eigentlich hier unten sein. Wir haben die McTen. Alter, ich bin kurz vorm Verrecken. Ja, ich musste mal betonen, dass ich die McTen hatte. Das ist ganz wichtig. Oh mein Gott. Er hat eine wunderschöne. Alter, wieso hat er so eine geile Pistol gefunden? Wieso? Nicht wo? 16, ey. Ist auch lila. Wollte ich mich verarschen? Nee, ich bleib bei meiner McTen. Die hat mir gerade Glück gebracht. Ja, ich wollte hier nochmal gucken. Naja, was soll ich sagen? Ist doch okay. Ist doch okay. Mein Gott. Wenn ich jetzt nochmal Kontakt kriege, wäre das sehr schön. Nehmen wir auch mit dem Molotov-Cocktail. Okay, war ich schon. Dann gehen wir mal allein so runter. Verhalten die McTen. Ah, ich bin kurz vorm Verrecken. Das war jetzt nicht schlecht. Ich dachte, der Gegner gewinnt schon wieder. Also ich habe damit sogar sehr stark gerechnet. Aber gut, für uns. Nicht für ihn. Aber, haha, er ist mein Loot. Ja, ich habe bessere Knacken. Okay, ich bin voll. Okay, wir gehen mal hier raus. Ey, also es ist gar nicht mal so schlecht. Wir müssen auf jeden Fall in die Zone. Und brauchen ein Fahrzeug. Und wir haben ein Motorrad. Ja, ich feier das Motorrad. Okay, ab aufs Motorrad. Ach, die Zone ist gleich hier. Macht nichts. Mist, dann fahre ich eben. Ja, toll, ich bin der Einzige. Mist, dann fahre ich eben. Wenn du nicht willst, Bro, dann fahre ich, Sister. Ich bin der Einzige Hänger. Ich bin der Einzame Wolf. Oh, nee, ist doch falsch. Wolf. Nee, ist doch immer noch falsch. Ich bin der Einzame Wolf. Ich habe keiner, was ich hier mache. Und damit meine ich nicht das Fahren. Egal, wie du lenkst, ist drin. Kilds sind da. Auf den Himmel ab. Alter, ist das Motorrad eklig. Oh, kommt nicht hoch, schade. Nein! Aber warum habe ich denn immer so ein Rucken und Zucken, bevor ich sterbe? Er hat die McTen. Du Arsch. Ey, die ist geil, die McTen. Ohne Scheiß. Ich sag mal so, falls wir das nicht gewinnen, ist das einfach die Abmord. Wenn wir es gewinnen, geht es nochmal rein. Aber vielleicht ist das eher die Abmord. Nein! Hä? Ich lasse ihn nicht. Oh. Ja, toll, er gewinnt durch Verlängerung. Nein! Oh, scheiße! Ah, ich sehe ihn. Oh, der war schlechter als ich. Ist das gut? Nein. Er war so viel schlechter als ich. Oh, bin ich hier gestorben? Ja, bin ich. Verdammt. Mal gucken, ob der... Ja, ich bin hier gestorben, ne? Ja, super. Dann gucken wir, ob ich noch was kriegen kann von meiner Beute. Beziehungsweise... Na toll, hat er was fallen? Hä? So, das ist ne Pflanze. Ich dachte, da steht ein Gegner, der so schön ist wie ich. Yo, meine Sachen. Äh, na toll. Der hat natürlich das Beste mitgenommen, diese Sau. Äh, das bin ich. Seht ihr? Das war ich. Und das Beste hat er mitgenommen. Okay, der ist hier bestimmt irgendwo. Warte mal. Wir finden hier noch ein paar Restbestände, die er nicht mitgenommen hat. Ich hätte den Monoturf Cocktail werfen sollen. Warte mal, da ist jemand. Wir sind so gut ausgestattet, den holen wir uns. Wir haben nur die Mac 10 und die... Warte ich jetzt von zwei Seiten erschossen? Ich glaube, ja. Äh, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Er hat mich komplett gesehen. Peace. Ich bin hier mit raus.